SpaceX Rekordbörsengang steht bevor. Starship Booster 19 wird zum Hoffnungsträger. Blue Origin fliegt Michi, Benthaus, Hans Königsmann und Senkrechtstarter ins All. Die NASA zieht Dragon Versorgungsflüge wegen Verlust von Soyuz-Rampe vor. Droht ein ISS-Versorgungsengpass. Die NASA hat Kontakt zur Mars-Sonder Maven verloren. Und China und SpaceX haben erneut ihre eigenen Rekorde gebrochen. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter dein Space Update auf Deutsch. SpaceX plant laut Bloomberg 2026 einen Börsengang der Superlative. Über 30 Milliarden Dollar sollen eingesammelt werden. Das würde SpaceX mit einer Bewertung von rund 1500 Milliarden Dollar zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt machen. Das wäre der größte Börsengang der Geschichte. 1500 Milliarden, das kann man ja schwer fassen. Zum Vergleich, die gesamten Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland, die erreichen etwa 950 Milliarden. Der IPO, das heißt Initial Public Offering, also der Börsengang, der soll Mitte bis Ende 2026 erfolgen, abhängig vom Marktumfeld. Bereits für dieses Jahr wird für SpaceX ein Umsatz von 15 Milliarden Dollar erwartet. 2026 könnten es bis zu 24 Milliarden sein. Für Musk bedeutet der Börsengang auch eine Neubewertung seiner Finanzen. Er hält über 40 Prozent an SpaceX. An der neuen Startrampe Pad 2 in der Starbase, da schreiten die Aufbauarbeiten weiter voran. Vergangene Woche, da testete SpaceX dort ein Wasser-Deluge-System, ein zentrales Element zur Kühlung und Lärmdämpfung bei Starts. Der Testverlauf, der simulierte über mehrere Minuten hinweg die Belastung durch die Triebwerkszündung. Auch wurde die erste Zugangshür der massiven Halteklammern, die sich im Starttisch befinden, installiert. Mit der Kombination aus funktionalen Test und Vervollständigung des Pads, da rückt das Pad einen weiteren Schritt in Richtung einsatzbereite Startanlage. Von Startrampe 2 starten soll dann auch erstmals Starship Super Heavy Hardware in Version 3. Auch der Bau von Starship Booster 19 schreitet voran. Er ist ja der heißeste Kandidat für den nächsten Starship-Flug. Innerhalb weniger Tage wurden zentrale Komponenten wie der LOX Raceway und der flüssig-sauerstoff-führende Landetank durch die Starbase transportiert und dann auf Montagerahmen gesetzt und schließlich dann zum RGB-1 gebracht. Nachdem bereits am 9. Dezember ein Teil des Raceways installiert wurde, folgten innerhalb von 24 Stunden mehrere Updates. Der LOX-Landetank wurde gesichtet, vormontiert und dann zum Stapelplatz gerollt. Der finale Einbau steht nun unmittelbar bevor. Mit ihm dann auch der nächste große Schritt Richtung Funktionstest und hoffentlich auch Flugbereitschaft. Während die Überreste von Booster 18 zurück ins Werk rollen, wird Booster 19 zum neuen Hoffnungsträger für einen zeitnahen Flugtest. Aber auch die Oberstufe Schipp 39 steht vermutlich kurz vor Cryo-Tests. In der Starbase war diese Woche auch ein prominenter Gast. Michi Benthaus ist mittlerweile in den USA eingetroffen und wartet dort auf ihren historischen Flug. Auf dem Weg zu ihrem Startplatz hat sie sich vorher nochmal in der Starbase umgesehen. Ja, jetzt ist der Starttermin endlich offiziell. Blue Origin nächster Crew Suborbitalflug NS37. Der hebt am Donnerstag, den 18. Dezember um 14.30 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit in West-Texas ab. Ich werde den Start natürlich live begleiten. Schaut gerne im Stream vorbei. An Bord sind sechs Passagiere, darunter, wie ich finde, zwei ganz besondere. Hans Königsmann, einer der ersten SpaceX-Mitarbeiter und Vice-Präsident vor seinem Ruhestand bei SpaceX und Michi, Michaela Benthaus, die seit einem schweren Unfall Querschnitts gelebt ist, sich nun aber zu diesem Wagnis aufmacht. Ich denke, man kann gar nicht hoch genug schätzen, was das für Millionen von Menschen mit Behinderung bedeutet. Wir leben in einer Zeit, in der sie eben keine Hinderung sein muss. Hans und Michi wollen mit ihrem Flug Spenden für die Wings for Life-Initiative sammeln. Eine Forschungsstiftung, die sich der Heilung von Querschnittsleben verschrieben hat. Ich wünsche Hans und Michi sowie der gesamten Crew einen reibungslosen Flug über die K-Mann-Linie und eine sichere Rückkehr zur Erde. Fun fact, Senkrechtstarter wird auch in der Kapsel mitfliegen. Zimtduft liegt in der Luft und mein Sohn zählt gefühlt stündlich die Tage bis Weihnachten. Neben Schiffen und Inseln für unser Piratenabenteuer kommt noch was unter den Baum. Etwas zum kindgerechten Lernen, aber bitte mit Spaß. Ich habe schon öfter versucht, aus unseren Abenteuerspielen kleine Lernmomente zu machen. Aber ganz ehrlich, kindgerechte Spiele zu Mathe lesen oder Logik selbst zu basteln, das ist echt gar nicht so einfach. Edorino nimmt mir das ab und zwar richtig gut. Mit liebevoll gestalteten Spielfiguren, einem ergonomischen Stift und einer App für dein Tablet, die spielerisch in die Lernwelt eintauchen lässt. Jede Figur öffnet eine neue Welt. Lesen und Schreiben mit Mika oder, wer es mir ja angetan hat, Geometrie und Zahlen entdecken mit Robin. Die Auswahl ist aber noch viel, viel größer. Die Figuren auf das Tablet gesetzt und zack geht's los mit dem nächsten Abenteuer. Edorino ist ein Erlebnis, das über die Feiertage hinaus wirkt und vor allem von Anfang an Spaß am Lernen in den Vordergrund stellt. Nur bis zum 19.12. gibt's bei Edorino mit meinem Code senkrechtYT22 ganze 22% Rabatt auf das gesamte Edorino-Sortiment. Ab 50 Euro sogar Gratis-Versand on top. Die findest du auch unter dem Video. Spielerisch lernen klingt für dich zu gut, um wahr zu sein. Mit der Rückgabe bis zum 31.01.2026 kannst du absolut stressfrei schenken und im Zweifelsfall umtauschen. Beim achtstündigen Außeneinsatz an der chinesischen Tiangong-Raumstation haben zwei chinesische Astronauten der Shenzhou-21-Mission Schäden an dem Raumschiff Shenzhou-20 untersucht. Ein Fenster der Kapsel wies Risse auf, vermutlich infolge eines Treffers durch Weltraumschrott. Da Experten mit einer Ausweitung des Risses während des atmosphärischen Wiedereintritts rechneten, wurde in atemberaubender Geschwindigkeit Ersatz gestartet. Ursprünglich sollte die dreiköpfige Crew von Shenzhou-20 am 5. November mit Shenzhou-20, also ihrem Raumschiff, zur Erde zurückkehren, flog aber dann nach eingehender Prüfung am 14. November mit dem bereits gestarteten Shenzhou-21-Raumschiff. Nach der Inspektion des Schadens installierten die Astronauten auch ein zusätzliches Schutzsystem gegen Mikrometeoriten und ersetzten eine mehrlagige Abdeckung. Der 32-jährige EVA-Neuling Wu Fei wurde dabei zum jüngsten chinesischen Raumfahrer mit Außeneinsatz. Die beschädigte Shenzhou-20 soll zum späteren Zeitpunkt ohne Menschen an Bord zur Erde zurückkehren. Ich hatte ja schon die beiden letzten Wochen von dem dramatischen Unfall am russischen Weltraumbahnhof Baikonu in Kasachstan berichtet. Während die Soyuz-Rakete die drei Raumfahrer ja sicher ins All brachte, stürzte eine mobile Plattform in den Flammenschacht der Startrampe 31. Der Schaden ist erheblich und dadurch gerät das Versorgungskonzept der Internationalen Raumstation nun unter starkem Druck. Da die Startrampe nun sicher auf Monate hinaus unbrauchbar ist, sieht die NASA Konsequenzen. Zwei Dragon-Versorgungsmissionen werden jetzt deutlich vorgezogen. Der Flug Cargo Resupply 34 ist nun statt für Juni, bereits für Mai 2026 geplant. Und Cargo Resupply 35 soll nicht erst im November, sondern schon im August starten. Die Vorverlegung ist eine direkte Reaktion auf die anhaltende Unsicherheit rund um russische Progresslieferungen. Ursprünglich war ein Progressflug für Dezember angesetzt. Dieser wurde jetzt gestrichen. Größter Ersatz ist nun März, wenn die Rampe bis dahin wieder in Ordnung ist. Da die Progresskapsel nicht nur Versorgungsgüter, sondern auch Treibstoff zur Bahnkorrektur zur ISS liefert, will die NASA mit dem frühzeitigen Transport von Vorräten und Materialien mögliche Engpästen vorbeugen. Neben Dragon könnte ab April auch ein Cygnusfrachter aushelfen. Japans neue HTV-X wäre im Sommer Einsatz bereit. Akut ist die Lage auf der ISS nicht, aber macht natürlich Sinn jetzt schon umzuplanen. Nach 245 Tagen im All ist Soyuz MS-27 sicher zur Erde zurückgekehrt. An Bord Roskosmos-Kosmonauten Sergej Rychikov und Alexej Zubrytsky und der NASA-Astronaut Nervy Seal und Arzt Jonny Kim. Das Trio landete mit der Soyuz MS-27 in der kasachischen Steppe. Während ihrer Zeit auf der Internationalen Raumstation als Teil der Expeditionen 72 und 73 leisteten sie wichtige Beiträge zur Weltraumforschung. Kim beteiligte sich unter anderem an Untersuchungen zur menschlichen Gesundheit und zur Entwicklung der Technologie für Langzeitmissionen. Die NASA hat den Kontakt zur Mars-Sonde Maven verloren. Die Sonne umkreist seit 2014 den roten Planeten und ist nun in einen abgesicherten Modus gefallen. Die Lagerregelung bzw. die Erkennung im Raum soll nicht mehr richtig funktionieren. Damit fällt eine zentrale Relaisstation im Mars Relay Network aus. Besonders brisant, weil Maven große Datenmengen von den Rovern Perseverance und Curiosity zur Erde überträgt. Zwar existieren mit Mars Reconnaissance Orbiter und dem ESA ExoMars Trace Gas Orbiter Alternativen, doch Maven trug bisher einen erheblichen Teil der Kommunikationslast. Eine ähnliche Maven-Krise gab es bereits 2022, als ein Lagersensor versagte und per Software-Update dann auf die Sternensensoren gewechselt werden musste. Apropos Mars. Inmitten sengender Wüstenhitze hat die NASA im Death Valley eine neue Generation autonomer Drohnen auf Herz und Nieren getestet. Ziel der Test Navigationssoftware, die auch in monotonen Sandlandschaften zuverlässig funktioniert. Ein Problem, das beim letzten Flug des Mars-Helikopters Ingenuity ja nach Roterbrüchen letztlich zum Ende der Flüge geführt hat. Die Erkenntnisse der Tests, bestimmte Kamerafilter verbessern die Bodenverfolgung deutlich und neue Algorithmen ermöglichen sichere Landungen selbst im unübersichtlichen Gelände. Parallel dazu testet das Team in Mojave und in White Sands mit Lassie M, einen hunderartigen Roboter, der eigenständig auf weiche, lose und brüchige Untergründe reagiert. Ebenfalls in der Entwicklung MERF, ein futuristischer Marsflieger mit Flügelspannweite eines Kleinbusses, der hochauflösende Bodenkarten erstellen soll. Die nächste Generation an Mars-Robotern, die fliegt nicht nur weiter, sie denkt auch selbstständig. Was für eine coole Zeit, um sich für die Erforschung unseres Sonnensystems zu interessieren. Apropos NASA, Jared Isaacman rückt einen Schritt näher an die Spitze der US-Raumfahrtbehörde. Der zuständige Senatsausschuss, der hat seine Nominierung zum neuen NASA-Administrator positiv bewertet und zur Abstimmung ins Plenum weitergeleitet. Isaacman, Kommandant der ersten rein privaten Orbitalmission Inspiration4 und dann Polaris Dawn, erzielte bei der Anhörung am 3. Dezember breite parteiübergreifende Unterstützung. Sollte auch das Plenum zustimmen, könnte Isaacman das Amt noch vor Jahresende übernehmen. Beobachter rechnen bei einer Bestätigung mit neuen Impulsen für Public-Private-Partnerships und einer unternehmerisch geprägten Zukunftsstrategie der NASA. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche und direkt einem Rekord. Drei staatliche Langermarsch-Raketen starten in weniger als 19 Stunden. Mit dieser Serie hat hier einen neuen nationalen Rekord aufgestellt. Alle drei Raketen, die hoben am Dienstag den 9. Dezember ab, zumindest Ortszeit. Den Anfang machte eine Langermarsch-6A von Taichuan mit einem Breitbandsatelliten für das nationale Guawang-Internet. Kurz darauf brachte eine Langermarsch-4B von Jingquan den militärischen Aufklärungssatelliten Yaogan-47 ins All. Den Abschluss bildete dann eine Langermarsch-3B von Xi Cheng mit dem geheimen Satelliten TJSW-22. Mit nun deutlich über 80 erfolgreichen Orbitalstarts 2025 stellt China einen neuen Jahresrekord auf. Das bisherige Maximum lag bei 68. Weltweit hat aber weiterhin SpaceX die Nase vorn. Dort stehen bereits über 160 erfolgreiche Orbitalraketen-Starts in diesem Jahr in den Büchern. Zum Vergleich China drei Starts in 19 Stunden. Gesamt Europa 2024 drei Starts in 365 Tagen. Ja, 2025 war es ein bisschen besser. Da kam Europa immerhin auf sechs erfolgreiche Starts im ganzen Jahr. Schauen wir noch auf den Platz hier. Falcon 9 startet, wenn alles gut läuft, fünfmal pro Woche. Apropos Falcon 9, mit dem 32. erfolgreichen Flug und ebenso vielen Landungen hat SpaceX-Booster B1067 beim Starlink-Start am Montag 8.12. einen neuen Rekord für Wiederverwendung aufgestellt. Seit seinem Erstflug im Juni 2021 hat B1067 verschiedenste Missionen absolviert, darunter Crew- und Cargoflüge zur ISS sowie unzählige Starlink-Starts. Die 32. Mission markiert einen Meilenstein für das SpaceX-Reuse-Programm und unterstreicht die industrielle Reife der wiederverwendbaren Falcon 9-Technologie. Jeder weitere Flug der spart Millionen an Startkosten und verringert Produktionsaufwand und Umweltbelastung. Ich hatte mir das mal ausgerechnet, dass allein bei der Produktion von Raumfahrtaluminium, das für eine Trägerrakete benötigt wird, mehr CO2 anfällt als beim Start. Es wird spannend, wie viele Starts SpaceX noch aus der Falcon-Boostern herauskitzeln kann. Ist aber noch mehr gestartet. Am Dezember ist vom SLC-40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida mit Falcon 9 die Pentagon-Nutzlast NR77 gestartet. Am 10. Dezember ist vom Startplatz Jingquan eine Kinetica 1 gestartet. An Bord befanden sich neun Satelliten, darunter unter anderem Jilin und Gao Fen. Auch am 10. Dezember sind von Vandenberg weitere Starlinks mit einer Falcon 9 gestartet. Am 11. Dezember wieder SLC-40 in der Cape Canaveral Space Force Station, auch hier Falcon 9 und Starlings. 12. Dezember von Wincheng eine lange Marsch 12. An Bord Satelliten für die staatliche Satnet-Leo-Konstellation. Wenn die News am Sonntagmorgen 14. Dezember erscheint, dann sollte von Taichwan noch eine lange Marsch gestartet sein. Nutzer ist mir noch nicht bekannt. Und ebenfalls Sonntag, da will Rocket Lab von Neuseeland die Mission Rise and Shine starten. Außerdem SpaceX Falcon 9, weitere Starlings, diesmal von Vandenberg. Die erste Stufe einer Ariane 6.4 befindet sich nun an Bord des Frachtschiffs Canopée auf dem Weg nach Französisch-Guiana. Der Jungfernflug ist für Anfang 2026 angesetzt und markiert den Auftakt zu einem Mega-Auftrag. Ja, 18 Starts für Amazon Kuiper-Konstellation. Die soll ähnlich wie SpaceX ja Starlink ein weltumspannendes Athleten-Internet aufbauen. Der Erstflug, der wird dabei eine von nur zwei Missionen mit der Block 1-Variante der Ariane 6.4 sein, die mit vier P120C-Feststoffboostern auskommt. Die übrigen 16 Flüge, die erfolgen mit der weiterentwickelten Block 2, die auf leistungsfähige P160C-Booster setzt. Ariane 6, die steht damit unter doppelten Druck. Sie soll Europas unabhängigen Zugang zum All sichern und zugleich ihre Zuverlässigkeit und Startkadenz im internationalen Wettbewerb unter Beweis stellen. Amazon wird nicht lange warten wollen, besonders dann nicht, wenn mit New Glenn und ULA Vulcan gleich zwei Raketen mit Blue Origin-Antrieb bereitstehen. Apropos Ariane 6. Die beiden europäischen Navigations-Satelliten 33 und 34 wurden erfolgreich unter die Nutzlastverkleidung der Ariane 6 verstaut. Ja, Galileo ist ja Europas Antwort auf GPS und Glossnass in Russland und zählt inzwischen zu den präzisesten Satelliten-Aviationssystemen weltweit. Wobei wir einräumen müssen, dass die Signalstärke all dieser Systeme nicht mehr zeitgemäß ist und sich die Navigation deines Handys zum Beispiel viel lieber auf terrestrische Signale verlässt. Mit SAT 33 und 34 wird die Konstellation weiter ausgebaut und ihre Redundanz verbessert. Ein hungriges Nilpferd macht sich bereit für seinen Trip ins All. Rocklab hat erfolgreich die Qualifikations- und Abnahmetests für die Hungry Hippo-Fairings der Nutzlastverkleidung abgeschlossen. Das ist ja eine fest installierte, wiederverwendbare Nutzlastverkleidung, die sich im Flug öffnet, aber Teil der Raketenstruktur der ersten Stufe bleibt und mit der Erststufe dann zurückkommt. SpaceX zum Vergleich muss ja bei den Falcon-Raketen seine Nutzlastverkleidung nachträglich aus dem Meer fischen. Das ist ja trotzdem ein Upgrade zu allen anderen, die die Fairings immer wegschmeißen. Jetzt bei Rocklab, ja im Test von Hungry Hippo, da öffneten sich die beiden Hälften in nur 1,5 Sekunden. Das ist schneller als nötig für die Stufentrennung und Rückorientierung der Erststufe. Zusätzlich wurde die Kohlefaserverbundstruktur mit 113 Tonnen belastet, um die Max-Q-Bedingungen zu simulieren. Das ist ja der Punkt, an dem die größte Belastung aus dem Fahrtwind wirkt. Auch die Kanads, die kleinen Steuerflächen an der Seite zur Rückführung der Erststufe, hielten im Test 125 Prozent der erwarteten Flugbelastung aus. Damit ist Hungry Hippo bereit für den Weg zur Startrampe. Mit der Mission Starcloud 1 ist einem US-Startup einen Durchbruch gelungen. Erstmals wurde ein leistungsfähiges KI-Sprachmodell direkt im Orbit trainiert. Möglich machte das ein NVIDIA H100, der aktuell leistungsstärkste KI-Chip, der je ins All gebracht wurde. Auf ihm wurde zum Test Nano-GPT mit dem vollständigen Werk Shakespeare's trainiert, direkt auf dem Satelliten. Ziel von Starcloud ist es, Rechenzentren ins All zu verlagern, als Antwort auf die steigenden Belastungen irdischer Stromnetze. Starcloud will ein 5-Gigawatt-Datenzentrum im Orbit aufbauen. Du weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Es ist mir aber auch extrem wichtig, dass es Senkrechtstarter überhaupt gibt. Das ist der Verdienst unserer großartigen Senkrechtstarter-Schutzengel, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum richtig voranzutreiben, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. So, als kleines Dankeschön bekommst du ja dann alle Videos vorab und komplett werbefrei. Vielen Dank. Komm, schauen wir noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Einflug der südkoreanischen Hanbit-Nano-Rakete. Ebenfalls 17. Dezember langer Marsch 12a von Jin Kwan. Auch 17. Dezember der erste Galileo-Start für Ariane 6, dann von Kuru. Am 18. Dezember Rocket Lab von Huelabs, eine Elektron-Rakete. Und dann der Start von Hans und Michi mit Blue Origin New Shepard. 18. Dezember. Komm, lass uns das live anschauen. Am 19. Dezember nochmal Starlinks vom SEC 40 und der Wochenabschluss voraussichtlich am 20. Dezember Satish Dwaran Space Center in Indien mit dem Raketentyp LVM-3. An Bord befindet sich mit Bluebird Block 2, ja und da eine Riesenantenne, der größte kommerzielle Satellit aller Zeiten. Hier nochmal der Hinweis mit meinem Code senkrechtYT22. Bekommst du nur noch bis zum 19.12. einen 22% Rabatt bei Edorino, findest du auch unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen, wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, hier kannst du abonnieren, würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön säckig bleiben. Dein Mau.